Was ist euch heilig? Der Kölner Dom! Was ist Ihnen heilig? Meine Ruhe und mein Frieden, diesmal heilig. Dankeschön! Was ist dir heilig? Mir ist heilig, die Gebote Gottes zu halten und ein moralischer Mensch zu sein und nach moralischen Vorstellungen zu leben. Das ist halt die eine Sache. Auf der anderen Seite ist es mir auch heilig, mit meiner Familie zu sein, Liebe in meinem Leben zu erfahren, gemeinsam mit Menschen zu sein, von denen ich Liebe erfahre und denen ich auch Liebe geben kann. Was ist sacred to you? Life. Life, Familie. Yes, Familie. Die Planeten. Der Licht, der Sonne, der Mensch, die Sterne. Where do you come from? The whole universe. We come from Australia. Sydney, Australia. Okay. Thank you very much. Okay. What is sacred to you? For me, my family is sacred. And still? Something else? Ah, why? Yeah. Because it's the reason for which I work, for which I live, for which I work. They are the ones I love most in life. Thank you. Yeah. That said. Bye. 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 Vielen Dank.